The Tales of Faith Was uns genau erwartet, kann ich noch nicht sagen, aber wir werden es sehen Es lebt, es lebt Ein komischer Boy lebt und knarrt Das ist der Fußboden Ein kleiner Fußboden-Schnarie ist das Das ist der Fußboden-Schnarie ist das Das ist der Fußboden-Schnarie ist das Das war ja auch ein Lüftungsschacht Das war ja Das war ja Das war ja wirklich schneller bin ich aber damit auch nicht nein na jo sollte vielleicht auch nur vielleicht der schlüssel ist wichtig so nicht die kamera ist eher so auch hey Hey, ist auch wie süß, aber. Cool! Wir können Schrauben einfach so lösen. Unser Schraubi. Nein! Quatsch. Okay, Schraubi würde uns fressen. Sehr schön. Das ist eine grausame Antwort. Um Staub sogar gefressen zu werden, stelle ich mir echt böse vor. Jetzt. Wir können uns verwandeln. Wir können uns verwandeln. Wir können uns verwandeln. Wir können uns verwandeln. Oh, ich komme da nicht hoch. Quack, 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 quack. Und dann mit uns. Wir können uns verwandeln. Wir können uns verwandeln. Wir können mit dem Schlüssel, der dann hochkommt, wenn er jetzt schon so leu. ist minimale ja 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 ich wir gucken uns an wenn da freigelassen wo nicht ein stück komisches gegen die augen wie uns angucken und anstarren ja 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 die kamera ist daum wie sich gewöhnt mit dem was nicht das aber nicht mit der mädchen jetzt auf papier moment steuerung wie intelligent transformieren springkamera bewegung mit der kamera kann ich nicht wirklich interagieren ein kling 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 wolltest du das von mir ich bin mir nicht sicher das ist auch ein ding den pack ausgelöst ich bin mir gerade unsicher die kamera so merkwürdig ist oder nein nein gut jetzt kennen wir das ganze ja schon ja gut mach nur was wir sollen wir wollen uns keine extras oder so das funktioniert hier alles ohne problem mir ist jetzt zugelernt ich war das ist gut ich war nicht hier kommen wir mit dem brosch einfach weiter ja das sind die komischen augen die machen jetzt aufgeschlossen und auf die Tür ich habe einen Aufzug in die Tür ja in der zeit auch Auf, auf. Ich hab mir das jetzt rum auf. Ich habe es noch ein bisschen. Ich habe es noch ein bisschen. Ich habe es schon mal. jetzt verstehst du wollte dass man hier wird ein frosch hier hoch ja gut das geht eigentlich relativ gut ja 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 da lösen wir doch wo ich überladen würde mal sagen das gute ding aber bevor wir hier den ganzen weg mitnehmen das ist halt voll entspannt haben wir sie ok warum so in der zeit nach oben gar nicht ganz schwer ein druck ist der schönste es geschah Ja gut, das geht hier alles. Die Kamera ist manchmal noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, sagen wir es mal wie es ist, aber... ...dass da die Kamera ist. Oh. Staubi ist gef... Der erste Astronaut. Staubi ist halt ein bisschen gefangen. Okay. 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 Yay! I'm down. Ich weiß nicht, was das ist, aber ich würde sagen... Ähm. Ähm. Oh. Ich hätte es bedenken können. Ich hätte es bedenken können. Das scheint es reinzutropfen. Und wir sind ja schon ein Stück Papier. Ja. Das ist nicht gut für uns. Ich hätte es bedenken können. Ja. War das jetzt gut? Ich will wieder hoch. Und ein Stück Papier. Yay. Komm, meine Klohegen. Ich schaffe das. Komm, meine Klohegen. Das ist ein gefühltes Papierchen. Oh, ja. Das war. In einem Papierchen. Moment. Das Papierchen kann ich auch einen Touchdown machen. Oh. Oh. Ich bin mir sicher. Äh. Yay. Sie haben eine Animation dafür gemacht, dass es können. war eine abkürzung als das ja gut dann hätten wir hier ähnlich lang sie ist immer definitiv nicht mehr im haus was ist das für ein haus sieht sieht nicht mehr geheuer aus eigentlich jeder lieber nicht lang ja 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 ja